Das Londoner Luxus-Kaufhaus Harrods entschuldigt sich nach Vorwürfen, dass der ehemalige Eigentümer Mohamed El-Fayed mehrere weibliche Angestellte sexuell missbraucht und vergewaltigt haben soll. In einer BBC-Dokumentation berichten mehr als 20 ehemalige Mitarbeiterinnen, dass der verstorbene ägyptische Milliardär sie in London, Paris, St. Tropez und Abu Dhabi sexuell missbraucht hat. Die Vorfälle erstrecken sich über viele Jahre während El-Fayed's Eigentümerschaft. Die Dokumentation, die am 19. September ausgestrahlt wird, behauptet, dass Harrods nicht eingegriffen, sondern die Missbrauchsvorwürfe, während El-Fayed's Zeit als Eigentümer zwischen 1985 und 2010 vertuscht habe. Alle Frauen, die mit der BBC sprachen, berichten von einem Klima der Einschüchterung und Angst am Arbeitsplatz. Die Opfer fühlten sich machtlos und hatten das Gefühl, dass niemand auf ihre Beschwerden reagiert. Harrods zeigt sich zutiefst entsetzt über die Anschuldigungen und entschuldigt sich mit einer Stellungsnahme dafür, dass die Opfer im Stich gelassen wurden. Das Unternehmen betont, dass es heute eine völlig andere Organisation sei, als zu der Zeit, als El-Fayed die Kontrolle hatte. Man erkenne an, dass die Betroffenen während dieser Zeit versagt haben und verspricht eine vollständige Aufklärung. Medien wie Vanity Fair, ITV und Channel 4 deckten bereits in der Vergangenheit Missbrauchsvorwürfe gegen El-Fayed auf. Viele der betroffenen Frauen trauen sich jedoch erst nach seinem Tod im letzten Jahr öffentlich über ihre Erlebnisse zu sprechen. Harrods versichert, dass es auch weiterhin für Betroffene, aktuelle und ehemalige Angestellte eine Möglichkeit gibt, Ansprüche außergerichtlich zu klären.